Ich habe den Great One Edge noch nicht und brauche ein Foto für einen Thumbnail. Was mache ich? Ich gehe einfach in eine Hacker Lodge. Und tada, man hat wunderschöne Great Ones in einer Reihe. Letztens hat mich jemand gefragt, woher weißt du, dass es eine Hacker Lodge ist? Leute, guck mal, der hier wurde geschossen am 28.07. Der hier am 28.07. Der hier am 28.07. Der hier am 28.07. Der hier am 28.07. Und der am 29.08. Ist es vielleicht doch keine Hacker Lodge?